Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie auf einem Tablet ohne SIM-Karte trotzdem WhatsApp installieren und benutzen können. Der Trick, den ich Ihnen hierfür zeige, der funktioniert allerdings nur bei einem Android-Tablet. Bei einem iPad der Firma Apple, da funktioniert das nicht. Vielleicht haben Sie auch schon einmal versucht, über den Play Store WhatsApp Messenger zu installieren. Dann bekommen wir die Nachricht, dass das Gerät nicht mit dieser Version kompatibel ist. Wir können WhatsApp nämlich eigentlich nicht über den Play Store auf einem Tablet installieren, wenn dieses keine SIM-Karte, also keine eigene Nummer hat. Es gibt aber einen Umweg, den wir gehen können. Ich gehe mal wieder zurück. Und zwar können wir WhatsApp auch über die Internetseite von WhatsApp herunterladen und installieren, also außerhalb vom Play Store. Dafür muss allerdings zunächst eine Einstellung getätigt werden. Manchmal ist es so, dass man das Ganze im Vorfeld schon einstellen kann. Manchmal bekommt man beim Herunterladen und Installieren der Datei die Frage, ob man wirklich hier eine fremde Datei auf dem Tablet zulassen möchte. Bei meinem Gerät ist es so, dass wenn ich in Einstellungen gehe und dann hier auf Sicherheit, dann sehen Sie, gibt es hier einen Punkt, der heißt Unbekannte Herkunft, Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zulassen. Hier setze ich jetzt mal den Schieberegler um, bekomme die Warnmeldung, dass das gefährlich sein kann. Das weiß ich. Ich stimme dem also zu. Ich werde das nachher wieder umstellen. Schauen Sie mal, ob Sie auch diesen Punkt hier haben. Manchmal ist es auch so, dass man erst beim Herunterladen einer fremden Datei gefragt wird, ob man sich ganz sicher ist, dass man die wirklich installieren möchte. Ich erlaube also das Installieren von Dateien unbekannter Herkunft, gehe zurück und starte jetzt meinen Browser. Und hier habe ich jetzt hier oben in die Adresszeile eingegeben www.whatsapp.com und dann slash Android. Und wenn wir das machen, dann haben wir hier die Möglichkeit, die aktuelle Version von WhatsApp direkt von der Internetseite von WhatsApp herunterzuladen. Ich tippe also hier auf Download Now, bekomme hier auch nochmal die Warnmeldung, dass Dateien dieses Typs Schäden auf dem Gerät verursachen können. Ich weiß aber, dass es sich hier um eine vertrauenswürdige Seite handelt. Deswegen bestätige ich mit OK. Und jetzt wird also diese Datei auf mein Tablet heruntergeladen. Das ging relativ schnell, wie Sie gesehen haben. Und ich kann jetzt von hier aus das Ganze öffnen. Da war ich etwas zu langsam. Wenn ich mal hier runterfahre mit dem Finger, dann kann ich hier dieses Menü hier oben einblenden. Da kann ich hier auch mal antippen. Und sehe jetzt hier, dass ich von hier aus jetzt diese App installieren kann, obwohl sie nicht über den Play Store heruntergeladen wurde. Dafür tippe ich hier auf Weiter. Und nochmal auf Weiter. Und nun auf Installieren. Hier sehen Sie, welche Berechtigungen die App benötigt, damit man sie auf dem Gerät installieren kann. Ich tippe auf Installieren. Das dauert nun ein Weilchen. Und jetzt wird WhatsApp auf meinem Gerät hier, auf meinem Tablet installiert, obwohl ich es nicht über den App Store heruntergeladen habe, sondern hier direkt von der Internetseite. Das kann ein Weilchen dauern. So, die Installation ist jetzt abgeschlossen. Ich tippe auf Öffnen. Und jetzt startet also die App. Und nun müssen wir erstmal hier unten tippen auf den Punkt Zustimmen und fortfahren. Danach passiert folgendes. Wir bekommen den Hinweis, dass Tablets nicht unterstützt werden. Das macht aber nichts. Wir tippen auf OK und tun einfach so, als hätten wir es hier mit einem Handy zu tun. An dieser Stelle hier müssen wir jetzt eine Telefonnummer eingeben. Man würde dort normalerweise jetzt also eine Handynummer eingeben, nämlich die Handynummer von dem Gerät, auf dem man WhatsApp benutzen möchte. Wir wenden aber einen Trick an. Und zwar habe ich hier ein Festnetztelefon noch parat. Und ich werde jetzt hier einfach meine Festnetztelefonnummer eintippen und mich danach auf meinem Festnetztelefon anrufen lassen. Und dort erhalte ich dann den Bestätigungscode, mit dem ich meine Nummer hier verifizieren kann. Und dann ist meine Festnetznummer hier mit meinem WhatsApp-Konto verknüpft. Dazu gebe ich die Telefonnummer ein. Bei der Vorwahl, da muss ich allerdings die Null weglassen. Nachdem ich die Nummer eingegeben habe, muss ich hier oben noch das Land auswählen und tippe auf Weiter. Nun wird nochmal gefragt, ob das wirklich die Nummer ist, die verifiziert werden soll. Da bestätige ich mit OK. Und nun versucht WhatsApp eine SMS an diese Nummer zu senden. Denn WhatsApp denkt ja, dass es hier um eine Handynummer geht. Diese SMS kann aber nicht verschickt werden. Denn es ist ja gar kein Handy, mit dem wir es hier zu tun haben. Deswegen bekommen wir die Nachricht, wir konnten leider keine SMS senden. Hier tippen wir jetzt einfach auf OK. Und hier sehen Sie, gibt es aber die Möglichkeit zu sagen, dass man auch angerufen werden kann. Also tippe ich auf mich anrufen. Dann klingelt mein Handy und eine Computerstimme teilt mir den sechsstelligen Code ganz einfach telefonisch mit. Probieren wir es einmal aus. Ich tippe auf mich anrufen. Und jetzt sollte gleich mein Telefon, das ich hier vorbereitet habe, klingeln mit meiner Festnetznummer. Warten wir mal kurz ab. Sie sehen, das funktioniert. Ich gehe einmal dran. Und man hat mir diese Nummer also am Telefon durchgegeben. Jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, einen Namen einzugeben, unter dem ich dann WhatsApp in Zukunft nutze. Da gebe ich in meinem Fall jetzt einfach mal Levato ein und tippe auf weiter. Und jetzt wird also das Ganze entsprechend eingerichtet. Und jetzt haben wir WhatsApp auf unserem Tablet installiert und mit unserer Festnetznummer verknüpft. Das heißt, wir können jetzt allen Personen schreiben, die sich in unserem Kontakte-Telefonbuch, in unserer Kontakte-Datei hier auf dem Tablet befinden. Und genauso können uns alle Leute schreiben, die unsere Festnetznummer in ihrem Handy abgespeichert haben. Es funktioniert also genau wie auf dem Handy auch, nur dass wir jetzt eben als Kontaktnummer keine Handynummer verwenden, sondern unsere Festnetz-Telefonnummer. Ich kann jetzt also von hier aus einen Chat starten und jemandem schreiben, wenn ich das möchte. Und andere Personen können mir auch schreiben. Sie müssen mich einfach nur unter meiner Festnetznummer in ihrem Handy abgespeichert haben. So einfach kann man mit diesem kleinen Trick WhatsApp auch am Tablet verwenden. Das Einzige, was man dafür natürlich benötigt, ist eine Internetverbindung immer, die man per WLAN herstellen kann.